Luke. Die 90er und ich im Livestream, jeder verbindet persönliche Erinnerungen und Highlights mit den 90ern. Boybands wie Bucksteed Boys oder Tegtat oder Musicals wie Der König der Löwen, aber auch Der Gameboy, wären einige Beispiele. In der nimmt Luke Mokrechtitsch zusammen mit seinen Gästen die Zuschauer mit auf die Reise durch das letzte Jahrzehnt des vergangenes Jahrtausends. Er schaut zurück auf die Höhepunkte einer bunten Zeit, mit vielen technischen Errungenschaften, teils schräger Musik und einem wiedervereinigten Deutschland. Luke. Die 90er und ich läuft am Freitag um Uhr in Sat. Erste. Wenn ihr die Sendung am Handy verfolgen wollt, könnt ihr das kostenlos in der Machen. Im Internet benötigt ihr die 30-Tage-Test-Version des 7 Pass oder ein Abonnement, um das Programm von Sat. 1 sehen zu können. Vor fünf Jahren begann Luke Mokrechtitsch mit seinem ersten Solo-Programm, Im Lukey, Im Lukey, durch Deutschland, zu touren. Seit 2015 ist er jeden Sonntag in seiner Sendung, Luke. Die Woche und ich, zu sehen. Damit gewann er 2017 den Deutschen Comedy-Preis, in den Kategorien, Bester Newcomer und Beste Stand-Up-Show. Laut dem Fernsehmagazin, Quotenmeter, verfolgten die Sendung von vergangenem Sonntag 1,33 Millionen Menschen. Das entspricht einem Marktanteil von 7,5 Prozent. Das könnte euch auch interessieren, Luke Mokrechtitsch, so schlimm war sein Liebeskummer.